ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video und jetzt gibt es was ganz besonderes nämlich es ist nicht nur ein video es wird ein dreiteiler und ich finde mich gerade in poienza und an der zufahrtstraße zum cap de formentor und wir machen wie gesagt ein dreiteiler daraus ich nehme die fahrt auf ist der erste teil am zweiten teil sind wir beim cap de formentor und wir nehmen auch noch mal die dritte aussichtsplattform mit dabei also ihr könnt gespannt sein dreiteiler jetzt hier bei mir auf dem kanal habt ihr spaß bei der fahrt und wir melden uns wieder wenn wir oben am cup der formentor sind viel spaß euch so Das war's. 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 Das war's.